Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer Kurzanleitung, wie ihr die M23 Server Software auf einem bestehenden Debian installieren könnt. Da das eigentliche Installieren recht schnell vonstatten geht, zeige ich euch auch gleich noch mit, wie ihr in Proxmox einen Debian 10 Container erstellt. Der Proxmox Container steht hier allerdings nur stellvertretend für ein System, auf dem sich ein Debian befindet. Wenn ihr eine andere Virtualisierungslösung bevorzugt oder die M23 Server Software auf echter Hardware betreiben möchtet, überspringt einfach den ersten Teil von diesem Video. Für die Installation der M23 Server Software gehe ich davon aus, dass ihr Root-Zugriff auf einen Debian Server habt, auf dem ansonsten keine wichtigen Dienste laufen. Damit M23 optimal läuft, wird der Server an vielen Stellen umkonfiguriert. Daher kann es vorkommen, dass andere Dienste nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktionieren. Das Beste ist, wenn ihr für M23 in meinen eigenen Server, egal ob virtuell oder echter Hardware, bereitstellt. Die Anforderungen an den Server sind auch nicht sonderlich hoch, sodass für erste Versuche oder kleinere Netzwerke bereits ein Raspberry Pi ab Version 2 mit Raspbian bzw. Raspberry Pi OS, wie es neuerdings heißt, oder ein ausgemusteter Rechner genügen. So viel zur Vorrede. Los geht's! So, ich bin jetzt auf der Proxmox-Oberfläche. Damit ich Container erstellen kann, brauche ich ein Template für das jeweilige Betriebssystem. Also gucke ich als erstes nach, ob ich das Template schon habe. Ich gucke unter Rechenzentrum, Proxmox, Local. Hier kriege ich unter Inhalt die Liste der vorhandenen Container-Templates. Das Debian 10 Template, was wir haben wollen, ist schon da. Falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr unter Templates einfach gucken, was es schon da gibt. Wählt das aus der Liste aus, was ihr haben möchtet. Oder in diesem Fall könnt ihr auch Debian oben eingeben, um bloß die Debian-Templates aufgelistet zu bekommen. Dann hinterher das Template auswählen und auf Herunterladen klicken. Wenn ihr das gemacht habt und das Template da ist, klickt als nächstes auf Erstelle CT, also einen neuen Container erstellen. Das Ganze braucht einen sinnvollen Namen. M23-Server ist ziemlich naheliegend, nehme ich hier einfach mal. Dann kann ich auf der rechten Seite festlegen, wie das Root-Passwort sein soll. Ich möchte aber stattdessen lieber meinen öffentlichen SSH-Schlüssel hinterlegen. Den wähle ich aus meinem .ssh-Verzeichnis aus. Und wichtig dabei ist, dass man wirklich den öffentlichen, also den mit .pub, hinten erwischt. Dann als nächstes bei Template das richtige Template auswählen. Die 8 GB virtuelle Platte finde ich ein bisschen klein. Dann nehme ich 25 GB. Die zugewiesenen CPU-Kerne, da reicht einer vollkommen aus. Beim Speicher nehme ich, also beim Arbeitsspeicher nehme ich ein bisschen mehr. 1 GB, Swap kann so bleiben, wie es ist. Bei mir habe ich statische IP-Adressen innerhalb des Netzwerkes. Das ist auch das sinnvollste, weil der M23-Server nachher einen eigenen DHCP-Server mitbringt. Gibt dem M23-Server also eine statische IP-Adresse an dieser Stelle. In meinem Fall ist es die 23 und die 24 hinten ist die Netzwerkmaske. Das Gateway ist bei mir unter folgender IP-Adresse. DNS-Server ist ebenfalls unter der IP-Adresse zu finden. Dann gibt es hier nochmal eine Übersicht über die einzelnen Details des Containers. Und man kann auch auswählen, dass dieser Container nach dem Erstellen gestartet werden soll. Jetzt dauert das einen kurzen Augenblick, bis die virtuelle Festplatte angelegt ist und das Image entpackt wurde und der Schlüssel eingetragen wurde. So, jetzt ist das Ganze soweit fertig. Der M23-Server taucht auch links in der Liste auf. Oder vielmehr der Container für den zukünftigen M23-Server. Status ist Running. Jetzt schnappe ich mir eine Shell und kann mich über die vergebene IP-Adresse einloggen. Jetzt werde ich nochmal gefragt, ob ich diesen neuen Schlüssel des Servers akzeptieren möchte. Ja, der ist noch nicht da. Den akzeptiere ich. Und jetzt bin ich sofort auf diesen neuen Container. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist einmal das System zu aktualisieren, weil dieses Template nicht, das wird nicht so häufig neu generiert, also es ist nicht auf dem letzten Stand. Jetzt hole ich mir die Informationen über die aktuellen Paketstände und führe die Aktualisierung des Systems durch. Da werden jetzt ein paar Pakete runtergeladen. Noch eine Frage. Und jetzt geht das Entpacken los. Und jetzt geht das Entpacken los. Und schon habt ihr diesen Container auf den letzten Stand gebracht. So, als nächstes schauen wir einmal auf die M23-Seite. M23.sf.net Die Kurzvariante und die wird dann automatisch in die längere Variante hier umgeleitet. Unter Dokumentation Installationsleitfaden findet ihr den Abschnitt Debian-Pakete und dann gehen wir diese einzelnen Punkte Schritt für Schritt durch. Im ersten Punkt geht es darum, um den Signaturschlüssel für die M23-Server-Pakete zu importieren, damit es keine Verfälschung der Software geben kann. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich an dieser Stelle das Paket-Deal-Manager. Ist komischerweise nicht standardmäßig mit dabei, aber das braucht man, um den Signaturschlüssel zu importieren. Als nächstes geht es darum, die Paketquelle einzutragen. Diese wird mit dieser Zeile hier unter etc.apt-sources-list.d M23.list hinterlegt. Und die Paketquelle selbst ist das hier. Als nächstes wird wieder der Paketindex aktualisiert. Das geschieht über apt-ticket-update. Und das Installieren der M23-Pakete geschieht folgendermaßen. Das M23-Server-Paket zieht viele weitere Abhängigkeiten mit. Jetzt gibt es eine Reihe von Fragen. Zur Konfiguration des M23-Servers. apt-cature-ng wird benutzt, um die Softwarepakete, die aus dem Internet heruntergeladen werden, auf dem M23-Server zwischenzuspeichern, sodass jedes Paket wirklich bloß einmal heruntergeladen wird. Die erste Frage hier, die das apt-cature-ng-Paket selbst stellt, kann man verneinen. Alles andere, was mit M23 zu tun hat, also die Installation und Konfiguration des TFTP-Servers. Und die weiteren Schritte sollte man also immer Yes nehmen. Der LDAP-Server, der benutzt werden kann, um Benutzerkonten auf dem M23-Server hinterlegen zu können, der braucht ein Passwort. Das solltet ihr hier einmal vergeben und euch gut merken. Ich mache das mal für Demonstrationszwecke relativ kurz. Für den produktiven Einsatz solltet ihr natürlich ein deutlich längeres Passwort verwenden. Die Konfiguration von Backup-PC. Backup-PC ist eine Lösung, mit der ihr eure M23-Clients sichern könnt, also Benutzerdaten, Dokumente und so weiter. Die Einrichtung der Datenbank, natürlich. DHCP-Server konfigurieren, ja auch. SSH-Schlüssel erstellen, ja. Jetzt kommt die Konfiguration von apt-cature für den M23-Server, ja auch die. SSL-Zertifikate generieren, ja. Konfigurationen des Apache-Servers, ja. Konfiguration von sudo, auch. Nochmal Backup-PC direkt für die Belange von M23 einrichten, ja. Eine Frage zu Samba. Ja, Samba brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, also von daher auf no lassen. Und jetzt werden die einzelnen Pakete anhand dieser Konfiguration, die wir gerade gewählt haben, eingerichtet. Und jetzt werden die einzelnen Pakete anhand dieser Konfiguration, ja. Hier nochmal die Frage nach diesem Open Elder-Passwort, wie vorhin vergeben. Damit der M23-Server die Konfiguration so einrichten kann, dass auch Benutzerkonten hinterlegt werden und abgefragt werden können. Vielen Dank. 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 für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.